Heute sprechen wir über die besten Mundbeduschen. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Mundbeduschen. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 4. Manche Leute benutzen nicht nur Zahnbürsten, sondern auch Zahnseide. Mit der Verwendung von Zahnseide können die Zahnzwischenräume effizient gereinigt werden, um alle Speisereste gründlich zu entfernen. Eine effektive Lösung für Lipsonikara. Der Floss HX 8255-2 ist jedoch bereits verfügbar. Dank dieser Ausstattung lassen sich 99% Plaket schnell und einfach entfernen. Die Reinigung dauert nur 30 Sekunden. Dieses Gerät verfügt auch über die Mikrobus-Technologie. Nummer 3. Die Mundtusche Panasonic Levern 1211 ist ein winziges, ökonomisches und elegantes Gerät. Auch dieser Artikel ist einfach zu bedienen. Da dieses Modell mobil ist, können Sie es auf einer Reise oder Geschäftsreise mitnehmen oder in die Tasche stecken. Auch dieses Gerät hat zwei Reinigungsfunktionen gründliche Reinigung und Massage. Mit dieser Mundtusche können Sie Ihre Zähne und Ihren Mund gut pflegen. Mit dem Panasonic Lever 1211 entfernen Sie schnell und effizient Plaket und Zahnstein. Nummer 2. Die Waterpik WP 660 Ultra Professional ist das nächste Modell der Mundtusche. Mit diesem Instrument können Sie schnell 99,9% Plaket entfernen, superglatte und weiße Zähne erzielen, Kronen und Zahnspangen reinigen und so weiter. Sie können sich jetzt zu Hause zahnmedizinisch versorgen lassen und viel Geld sparen. Mit dem Waterpik WP 660 Ultra Professional mit 7 Stiften aufsetzen können Implantate, Kronen und Zahnspangen einfach gereinigt werden. Dieses Gerät beugt auch Parodontitis und Parodontalerkrankungen vor. Und die Nummer 1 unserer Liste Oral-B Water Jet Mundspülungen sind eine wunderbare zahnärztliche Option. Dieses Gerät ist auch mit einer elektrischen Zahnbürste ausgestattet. Zusammen sind sie äußerst effektiv und reinigen perfekt die Zähne und die Mundhöhle und entfernen auch die Mundhöhle von Bakterien und Plaket. Dank dieses Sets erhalten Sie auch im Mund frischer. Dank innovativer Technologie sorgt die elektrische Zahnbürste für eine fachmännische Zahnreinigung. Der drehbare Bürstenkopf reinigt jeden Zahn richtig und die Geschwindigkeit dieses Bürstenkopfes ist ausreichend hoch 7600 Umdrehungen, 20000 Pulsationen pro Minute.